Ich bin Leo, mache das duale Studium Maschinenbau mit der Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung am Standort in Hasewinkel. In Hasewinkel hat man den Vorteil, dass dort viele Entwicklungsabteilungen ansässig sind. Dabei darf man sich dann entscheiden, wo man hingehen möchte und welche Produkte man näher kennenlernen möchte. Bei dem Durchlauf durch die Abteilung lernt man viele Kollegen kennen, die einem dann Werkzeuge mit an die Hand geben, um die Maschinen nochmal weiter zu optimieren. Ich hatte zudem die Möglichkeit, auf einen Feldversuch mitgenommen zu werden. Dort durfte ich eigenständig Traktor fahren und die Maschine auch mit betreuen. Für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess ist es wichtig, dass ihr frühzeitig eure Bewerbung einreicht und im Bewerbungsgespräch mit einer hohen Identifikation mit den Produkten überzeugen könnt.